was jetzt so der erste holzfäller ist fertig können wir uns gleich um den zweiten was wollt hier arbeit immer nur arbeit und fünf sechs neue orks so kleines haupthaus errichten dass wir dann gleich nahrungssammler und fischerhütte errichten können später können wir dann unsere jäger zu wildschwein züchtern um funktionieren so und auch gleich mal den jahr sammler am besten gleich an dem großen vorkommen ja so besucht sich die beiden stecken jetzt irgendwie fest wo soll eigentlich der gasfallenhebel sein wir haben ihn doch schon der cutscene gesehen gehabt so fischerhütte arbeit immer nur arbeit wohin das gebäude ist einsatzbereit mittleres haupthaus und dann eisenproduktion starten ist was dann können wir nämlich eine keilerzucht auch errichten ja schon gut oh tach Das finde ich jetzt nicht ganz so schön, dass da gleich drei kommen. Verteidigt euch! Vorsicht! Achtung! Verteidigt euch! Zeit zu sterben! Gut! Gut! Deswegen so schnell wie möglich Brander. Wobei die Krieger zum Glück schwächer zu sein scheinen als die... Anderen, die mit dem Purpur sind. Ich bräuchte eigentlich gar keinen Kollenschnitzer. Ach, die sind nur Stufe 22. Das erklärt's. Wir sind Schwächlinge. Was jetzt? Was jetzt? Dorthin also! Schon dabei! Wohin? Ja! So, das heißt vier errichten wir jetzt mal den Kollenschnitzer. Hier errichtet mir die Biene. Was? Lasst uns lieber Krieg führen! Hier errichtet mir eine Spiegel! Wohin? 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 Holz und den ja recht gleich. Okay. Das Gebäude ist einsatzbereit! Das heißt, wir fangen mal an auf der Seite zuzumachen. Ja, schon gut! Mit so sechs bis acht Feuerwerfern. Dann hole ich mal jetzt meine Jäger oder unsere Jäger. Oh ja, und Wildschweine. Kann ja jetzt eine Keilerzucht errichten. Die sieht sehr ulkig aus. Und ich kann anfangen im kleinen Haupthaus die ersten beiden. Verbesserung ist fertiggestellt. Ähm, Bevölkerungsupgrades zu machen. Was jetzt? Ja, schon gut! Das Gebäude ist einsatzbereit! Das Gebäude ist einsatzbereit! Also ja, Holz sollte es genug geben. Das Gebäude ist einsatzbereit! Was wollt ihr? Das Gebäude ist einsatzbereit! 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 Was jetzt? So, weitere Brande. Und ja, ich sag Brande, ich meinte Feuerwerfer. Krieg führen! Und ja, bald muss ich meine Holzfällerlager versetzen. Wow! Sie sind in der Stadt! Sag was! Vorwärts! Woher folglicher Angriff? Ich bin müde! Keine Last! Gut! Schon dabei! Nicht sterben, Schweinchen! Nicht sterben, Schweinchen! Okay, wir brauchen neue Schweine! Was jetzt? Schon gut! Verbesserung ist fertiggestellt! Das finde ich jetzt aber auch nicht gerade praktisch, dass sie von der anderen Seite auch noch ist. Wir sind hier ohne Schutz! Wohin? Wohin? Ja! Arbeit! Immer nur Arbeit! Was wollt ihr? Ah, das ist die dunkle Schmiede! Ja! Dann errichtet man eine Schamanenhütte noch! Ja, ja! Ach du meine Güte! Warum kommen da von der Seite so viele? Feinde in der Stadt! Okay, ich habe gar keine andere Wahl als Truppen zu rufen, gerade! Auf meinem Befehl! Vorwärts! Folgt mir! Mir nach! Für die Freiheit! Mir nach! Und los! Bereit! Sofort! Zum Angreif! Ich rieche Blut! Jawohl! Wir sind hier ohne Schutz! Das finde ich nicht lustig! Ja! Okay, mehr Brande hier errichten! Lasst uns lieber Krieg führen! Ich habe kein Geist, ich bin mit ihm! Ja, das ist nicht wichtig! Das ist nicht wichtig! Ich habe also eine Sache mit Ihren. Vielen Dank.